Hey Leute und willkommen zum Dragon Ball Legends Turnier Teilnehmer Video, damit alle Bescheid wissen, wer nimmt teil, welche 16 haben es ins erste Fun Turnier geschafft. Ich kann noch keinen hundertprozentigen Starttermin nennen, ich tippe mal so auf circa 14 Uhr, da ich heute Mittag noch was essen gehe, da ich heute alt geworden bin. Ja, Black Rabbit ist heute alt. Ich habe heute Geburtstag und der Stream kommt aber extra an meinen Geburtstag, weil das Spaß macht und ich lebe mit euch, was mache ich. Am Nachmittag. Und ja, also ich ziehe mal so auf circa 14 Uhr, wir werden jetzt diese Gewinner random auslosen. Hier ist das Video, das trägt man hier ein. Seht ihr das? Ja, ihr seht das. Und dann kann man hier random eben rauspicken. Diese 16 werde ich dann hier in Turnier einfügen und das sehen wir uns gleich an. Ich werde jetzt nicht alle 16 hier mit aufnehmen und blablabla, das dauert das Video eine Stunde. Ich werde jetzt einfach 16 random aussuchen, hier eintragen und dann zeige ich euch gleich dann die ganze Liste. Und nach diesem Turnier, wenn das Spaß gemacht hat, uns allen, wenn das erfolgreich war, wenn wir noch mehr wollen, nächstes Mal machen wir dann ein Pro-Turnier. Dann sagen wir einfach auf einen gewissen Rang in der Rangliste in Dragon Ball Legends, können die Leute teilnehmen, das werden wir uns dann aussuchen, die 16 Besten aus unserer Community raussuchen. Also ein Pro-Turnier habe ich auch Bock. Das wirkt quasi einfach nur ein Community-Turnier und das erste deutsche Dragon Ball Legends Turnier, Leute. Ich bin gehypt, ich hoffe es funktioniert alles und ja, ich suche mal die ersten 16 aus. So Leute, ich habe nur die Mühe gemacht und alle 16 random ausgelost. Hier seht ihr bereits eure Namen, eure Ingame-Namen. Wenn du nur draußen bist, kannst du schon mal deinen Gegner sozusagen in Discord adden. Also da kannst du in Discord den Gegner suchen, adden und schon mal Freundschafts-Code schicken. Könnt ihr euch schon mal ein bisschen befreunden, bla bla bla, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt euch auch alle 16 natürlich befreunden, kein Problem. Einfach im Discord, in der Gruppe Dragon Ball Legends Turnier, euren Freundes-Code reinwerfen und euch schon mal befreunden, wenn ihr Bock habt. Und ich kann die Teilnahme auch kurz noch mal größer zeigen. Hier, also das sind die 16. Die nehmen am ersten deutschen Dragon Ball Legends Turnier teil. Mega geil, Leute. Ich wünsche euch allen viel Glück. Wie gesagt, der letzte kämpft dann gegen mich aus Spaß noch. Also der Gewinner kämpft dann auch mal gegen mich, aber nur aus Spaß. Und da geht es um nichts. Und der Gewinner bekommt ein T-Shirt aus meinem Merch-Shop. Kann er sich dann frei aussuchen, das kläre ich dann alles mit ihm im Discord. Und ja, beginnen wir jetzt um circa 14 Uhr. Ich kann nichts genau versprechen. Wie gesagt, heute Geburtstag, ich gehe noch essen, bla bla bla. Aber ich ticke mal so auf circa 14 Uhr. Also haltet euch bereit einfach auf Twitch. Und im Discord gebe ich natürlich auch Bescheid. Und ja, Leute, ich werde euch allen, Diana wird euch allen einen besonderen Rang geben, damit ihr eine eigene Farbe im Discord habt. Somit, dass ihr im Dragon Ball Legends Discord gut sichtbar seid, wer teilnimmt. Und wie gesagt, wer gewinnt immer, wer die Runden gewinnt, immer einen Screenshot machen. Wir brauchen immer einen Screenshot vom Gewinner, vom In-Game. Also da steht ihr dann, ihr könnt ja unten drauf drücken auf letzte Kämpfe sozusagen. Dann seht ihr, gegen wen ihr gespielt habt und ob ihr gewonnen oder verloren habt, diese ganzen Screenshots in die Dragon Ball Legends Turnier Gruppe. Aber das werden wir alles im Stream nochmal erklären. Wie gesagt, heute 14 Uhr findet das erste Turnier statt. Link zum Twitch Kanal in der Videobeschreibung, Link zum Community Discord Server in der Videobeschreibung und natürlich auch zum Merch Shop. Leute, ich wünsche euch viel Glück. Wir sehen uns später im Turnier. Und ja, natürlich kommt heute auch noch ein Dragon Ball Legends Video. Das ganze Turnier, wenn ihr es verpasst, seht ihr dann morgen auf meinem Kanal zusammengeschnitten in einem Highlight Video sozusagen vom Turnier. Und ich denke, es wird mega geil. Wenn es erfolgreich wird, wenn genug Leute Bock haben, machen wir es auf jeden Fall nochmal und nochmal und nochmal, solange wir Bock haben. Leute, ich wünsche euch viel Glück, viel Spaß. Lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Wäre cool, by the way, wenn wir heute die 7.700 erreichen oder 7.777, weil ich ja am 7.7. Geburtstag habe. Wäre ziemlich cool, wenn ihr mir ein Geschenk machen wollt. Lasst also ein Abo heute da. Viel Spaß, haut rein und ciao. Wäre